Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Einigung erreicht FDP und SPD erzielen Durchbruch bei Streitthemen Vorratsdatenspeicherung und Mietpreisbremse. Nach monatelangen intensiven Verhandlungen wurde nun endlich eine Einigung zwischen FDP und SPD bei den Themen Vorratsdatenspeicherung und Mietpreisbremse erreicht. Beide Parteien haben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben, eine Lösung gefunden zu haben, die die Bürgerrechte respektiert und gleichzeitig ausreichend Sicherheit gegen Cyberkriminalität bietet und den Wohnungsmarkt stärkt. Vorratsdatenspeicherung Lösung gefunden Das Thema Vorratsdatenspeicherung hat in der Vergangenheit immer wieder zu Auseinandersetzungen innerhalb der Koalition geführt. Während die FDP den Datenschutz betont und die flächendeckende Überwachung der Bevölkerung ablehnt, setzte sich die SPD für stärkere Sicherheitsmaßnahmen im Kampf gegen Cyberkriminalität ein. Laut der nun gefundenen Einigung wird es künftig eine zielgerichtete und befristete Vorratsdatenspeicherung geben. Daten werden nur dann aufbewahrt, wenn ein begründeter Verdacht auf eine schwere Straftat besteht. Zudem muss jeder Zugriff auf die Daten richterlich genehmigt werden. Mietpreisbremse Kompromiss zur Stärkung des Wohnungsmarkts Auch für das strittige Thema Mietpreisbremse haben FDP und SPD einen Kompromiss gefunden. Ziel ist es, den Wohnungsmarkt besonders in Ballungszentren zu stärken und gleichzeitig Mieter vor überhöhten Mieten zu schützen. Die Mietpreisbremse, die bisher in einigen Gebieten eingeführt wurde, wirkt nun bundesweit. Allerdings gibt es eine Reihe von Ausnahmen, wie etwa für Neubauten oder umfangreich sanierte Wohnungen. Zudem soll eine fairere Mietpreisbildung erreicht werden, indem Mietspiegel verbindlicher gestaltet werden. Die Einigung zwischen FDP und SPD markiert einen wichtigen Schritt in der laufenden Legislaturperiode und zeigt, dass trotz unterschiedlicher Positionen konstruktive Kompromisse möglich sind. Autor Anita Farke, Mittwoch, 10. April, 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.